Yo und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Conan Exiles. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen angemalt, es hat sich was getan. Ich war ein bisschen trainieren und vorsorgen und so weiter und so fort, denn wir haben was vor. Ich war unterwegs und zwar mit Iking Kong. So, mit dem war ich unterwegs, ich hab ein bisschen trainiert, kommen wir mit raus. Ich habe dann noch dazu mehrere Suppen gemacht. Das bedeutet, Verbände brauchen wir nicht. Wir wissen, dass die ein bisschen Energie geben. Essen und so weiter habe ich auch, das kann ich kurzer reintun. Und ja, wir wollen losgehen. King Kong hat ein paar Level bekommen. Dann haben wir ja, warte mal, haben wir nicht noch, genau, wir haben doch ein Tier noch gemacht. Genau, Schildkröte. Ähm, du kommst da unten, na, war doch klar. Schildkröte, du kommst da unten hin. So wie es scheint, hat sich nichts geändert bei der. Ach, war doch, oder? Ne, sieht standardmäßig aus, wow. Wofür habe ich dich? Na, egal. Ja, Nasson hat sich auch nicht verändert. Äh, neue Tiere haben wir nicht. Dann hatte ich ja letztens noch bemerkt, ähm, wir haben hier noch zwei Tigers. Ich glaube, da hat sich jetzt auch nichts getan. Können wir ja auch ganz kurz nochmal gucken, ob sich bei denen irgendwas getan hat. King Kong, geh doch mal bitte. Das glaube ich doch nicht. Na, hier oben kommst du nicht hoch, obwohl du ein Affe bist. Aber nicht schlimm. So, Tiger, du bist der Er... Ne. Ah, ja. Okay, ähm, das bleibt starker Ticker. Ticker der Erste. Bam, reicht so. Das ist Zweite und das ist Dritte. Ja, leider, äh, 747. Ja, und das verändert sich halt null. Weitere Tiere haben wir nicht, so viel ich weiß. Hygiene habe ich abgelegt und so weiter. Gut. Okay, heute haben wir was Spezielles vor. King Kong wurde gelevelt. Ich bin auch ein bisschen gelevelt. Ich habe hier, ich sage mal, die XP-Rate, damit man ein bisschen schneller Erfahrungspunkte kriegt. Habe ich einen Ticken höher gestellt. Und den Schlüssel, den wir gefunden haben. Ey, Leute. Ich wusste nicht, dass man den erst braucht für Level 60. Also die Truhe, die wir in der letzten Folge gefunden haben, ist... Also, der Schlüssel ist richtig. Problem ist Level 60. Deswegen, ähm, ja. Hat es nichts gebracht. Wir wollen jetzt aber erstmal in den Dschungel reingehen und dann mal gucken, was für Bosse wir entgegentreten. Ei, ei, ei. Ich hoffe, wir sind nicht zu schwach. Ach ja, und dann... Ich habe einen neuen Bogen. Ähm, ich weiß zwar nicht, wie gut der ist, im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten. Aber ich denke mal, ein kleiner Unterschied müsste da sein. Koko. Warte mal, schön aufladen. Höh. Hat sie... Oh Gott, ey. Ich hasse das. Der braucht tausend Jahre, um irgendwas anzuvisieren. King Kong, mach mal tot, Junge. So, warte. Ich gehe jetzt drauf. Geht. Ich weiß zwar nicht, wie es jetzt wirklich ist, aber... Oh. Ich denke mal, ein bisschen stärker als der davor ist er schon. King Kong mit vom Landstreichers Rast. Ja, ja. Hi, Koko. Genau, hier. Pass auf. Also, einmal so. Einmal so durchrushen. Okay, Freunde. Wir haben keine Zeit. Ähm. Koko. darf nicht sterben. Das Gute ist, er ist auf mich drauf. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ey, Koko. Würdest du mal bitte? Soße. Nimm die Soße. Nimm die Soße. Schön rausschießen. Schön rausschießen. Ich habe jetzt extra die Iron Heads genommen. Ach, deswegen ist die Dings auch so stark. Koko, what's going on, man? Äh, Koko. Äh, King Kong. Okay, King... Egal. Hauptsache, King Kong trifft. Ja, ja. Ist doch gut, ist doch gut. Und tot ist er. Das war ein Krokodil mit den blauen Augen. Und ich habe ja, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, also beziehungsweise bekommen aus der Community, dass wir auch die mit den blauen Augen kriegen. So, die Waffe, die hat mir gefehlt. So, wir müssen jetzt aufpassen. Ich weiß zwar nicht... Nein. Äh, äh. Kein Bock auf den Tigger. Äh, äh. Wir gehen da nicht. Oder, warte mal. Ist das ein Tigger? Warte mal, das ist was anderes. Das ist ein Leopard oder so. Boote, das rast. Was? Okay, Freunde, warte mal. Niagara. Ach, wie geil. Okay, der Tigger legt sich hin. Wir sollten echt hier aufpassen. Alles klar, hier kann ich eigentlich mit King Kong langgehen. Wir checken aber erstmal die Lage ab, oder? Ich habe eine andere Idee. Wie stark seid ihr denn da drüben? Oh. Hallo. Ja, ja. Du bist very fast. Sehr schnell sogar. Tö. Ist mir egal. Ich habe da ein Jaguar-Kind. Eieieiei. Komm her, komm. Komm. Ich bin nicht mehr so schwach wie vorher. Ich weiß, wie ich kämpfe. Ja, ich mag die Stamina nicht. Ey, die Stamina... Ich muss unbedingt noch ein bisschen auf Stamina leveln, weil das ist... Das ist belastend. Ich habe es jetzt nur auf Kraft gelevelt, aber ich glaube, Stamina ist hier sehr wichtig. Jo, nice. Cool. Dann... King Kong, komm mal her hier. Ja, doch. Den können wir auch schaffen. Easy. Komm, Junge. Komm, mein Kind. Komm, mein Kind. Heilung beendet. Was für eine Heilung? King Kong? Leute, ich weiß zwar nicht, wo King Kong ist, aber... Hier, komm her, Kleiner. Komm her. Komm, 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 kämpfe. King Kong gegen einen Jaguar. Warte mal, gab es das nicht irgendwo einen Film, wo einen Jaguar gegen einen Affen gekämpft hat? Also Gorilla? Ich glaube schon. Schöne Tiere, ey. Zum Glück haben wir jetzt ein Baby davon. Alles klar. Wir gehen hier weiter. Müssen aber aufpassen. Ich weiß, irgendwo da hinten war ich schon mal. Da waren überall Käfer und Spinnen, aber... Ah, wir müssen... Wir müssen echt dort aufpassen. King Kong, kommst du? Ey, das sieht aus. Sieht schon like Endlevel aus, aber ist noch nicht. Oder beziehungsweise das Endlevel hier im Dschungel. Das immer wache Auge. Ja, von innen oder von außen jetzt? Das wäre eine gute Frage, aber King Kong, wir gehen zurück. Ah, guck mal, hier geht's weiter. Ja, jetzt kommen die ganze Zeit diese Jaguars, oder? Ah, voll kein Bock drauf. So, und genau da hinten, da war ich letztens. Das ist ein heftiger Spinn. Oh-oh. Oh-oh. Nein. Oh, Freunde, das wird ein knappes Ereignis. Nein, das ist doch jetzt Bullshit, oder? Einmal die Suppe essen, bitte. Ähm, ich komm hier nicht mehr raus. Ähm, das ist... Das ist, äh, schön. Würde ich mal behaupten. Ich komm hier nicht mehr raus. Hä, ich kann eine Rückfahrtzeitung machen. Ich bin raus, ich bin raus. Warte mal, guck mal an. Mit SDRG, was ich machen kann. Oh. Oh, ich hoffe, es kommt kein zweiter. Du kleiner Bastard, du. Ey, der sieht aber heftig brutal. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. King Kong, du machst das alleine, ja? Hä, komm doch her, okay. Rino, komm doch, komm doch, komm. King Kong, mach das. Zack, Junge. Ich bin sportlich unterwegs, mein Freund. Freunde, das ist meine Lieblingswaffe. Ey, der sieht aber echt brutal aus, oder? Dö. Hallo. Hi, hey, 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 hey. Okay, wir sind aber immer noch safe. So, komm, komm, King Kong. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft, mein Freund. So, und los. Los, King Kong, wir haben es gleich. Nice. Ey, Freunde. Ich weiß zwar nicht, was ihr von diesem Rino haltet, aber unser Nashorn ist ein kleiner Witz dagegen. Jupp, der sieht einen Ticken brutal aus. Ah ja, wenn der jetzt so stark ist, kann das sein, dass wir jetzt gerade in die falsche Richtung gehen? Da drüben ist noch einer. Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Freunde, man kann mit dem Schwerter, also mit dem Schwert, auf STRG eine andere Attacke machen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Pass auf, hier. Da. Okay, noch nie gemacht. Oder noch nie gewusst. King Kong, come on, baby. Nice. Bruder, wir haben es geschafft, Mann. Schön. Ich lasse, gönn mir ja erstmal eine Suppe darauf. So, jetzt können wir ihn hier nochmal genauer anschauen. Sehr schön. King Kong, du machst es bis jetzt sehr gut. Oh. Okay, wir haben die erste Spinne hier. Halt dich bereit, King Kong. Ich hoffe, da drüben ist irgendwo eine Höhle. Aber gehen wir nicht gerade dann wirklich in die falsche Richtung? So, Freunde. So, und. Bam, Junge, durch. Jo, sehr schön. So, nochmal durch, bitte. Zack. Geil. So, und nochmal. Jo, geil, oh. Come on. Und, bam, weg ist er. Ah, irgendwie will ich nicht weiter rein. King Kong, wie sieht deine Energie? Okay, sieht immer noch gut aus. Du brauchst mehr, äh, essen, wa? Da, bitteschön. Ah. Äh, das da hinten sieht aus wie ein Ohrenkneifer. King Kong, komm mit mir mit. Erstmal zurück, King Kong. Erstmal zurückgehen. Ui, ui, ui. Hinter dir ist zwar eine Vespa, aber ist egal. So, bitte sei nicht stark. Bitte sei nicht stark. Bitte mach kein Gift. Bitte mach kein... Oh, sei schwach. Tja, easy. Oh, warte. Wir sind aber vergiftet. Äh, wir sollten nicht zu sehr lachen. Wenn wir die jetzt geschafft haben. Warte, King Kong, du musst mal kurz da stehen bleiben, ja? So, und. Ich bin weg. Nein. Nein, 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 nein. Dafür sind wir noch zu schwach. Tzö. Drei Totenköpfel soll ich daten machen. So, Freunde, wir gehen noch mal rein zum Henker. Den haben wir auch noch nicht besiegt. Du hältst jetzt hier Wache, okay? Wenn sie rauskommen, kannst du mit reinkommen, aber ansonsten... Hey, King Kong, tu mir einen Gefallen und geh bitte. Wenn ich jetzt wegen King Kong sterbe, ne? Ich sag's euch. Warte mal, pick it up. King Kong, du kommst in meine Tasche rein. Hast du gerade Pech gehabt? So, super. Pass auf, Leute. Ich versuch jetzt einfach aufzudreschen. Vielleicht funktioniert das ja. Okay. Es ist nicht möglich. Äh, Problem ist jetzt... Oh Gott. What the fuck? Was ist das denn? Hi. Oh, warte. Der hat sogar einen Totenkopf. Hey, den könnte ich schaffen. Hallo, Baby. Ich weiß... Warte. Wir hatten noch diesen Riesenboss schon mal gesehen. Kann das sein, dass es sein Sohn ist oder so? Weil der sieht halt fast so aus. Ich hätte mal ein Haustier mitnehmen müssen in mein Inventar. Äh, okay. Ne, ich hätte wirklich... Ein Haustier hätte ich mitnehmen müssen. Ach, Kacke. Alles egal. Wir schaffen ihn jetzt zwar auch alleine. Aber, ja. Ihr wisst, was ich meine. Alleine ist halt immer so ein bisschen... Ja. Huh, Kollege. Pass auf, pass auf. Kleiner Bossfight. Hier ist doch noch ein kleiner Bossfight. Naja, aber leider nur einen Totenkopf hat er. Einen Totenkopf ist low. Drei Totenköpfe. Ich weiß gar nicht. Gibt es noch irgendwas, was härter ist als drei Totenköpfe? Und das sieht aber gut aus. Kann man den auch als Haustier kriegen? Ich glaube, da oben sind noch mehr davon. Wir gucken gleich mal nach. Na komm, wir haben es gleich geschafft, mein Freund. Ne, das sind... Okay, das sind die Pferde. Bleib stehen, mein Freund. Und tot. Schön. Schön sieht er aus. Ja, jetzt sieht er nur im Boden. Ach, muchas gracias. Hi. Bist du gut oder böse? Hallo. Ich spreche mit dir. Ja, jetzt hat er mich bemerkt. Hi. Aua. Das tat ein bisschen weh. Okay. Ah, ich hätte das Spiel erst... Ich hätte das Spiel wirklich... Ich bin schon überlegen, die Mods runterzuknallen. Ai, ai, ai. Okay, Pferd. Du bleibst hier. Wir sammeln kurz unsere Leiche ein. Ich will... Ach. Wuh. Pferdchen ist noch auf Folgen, ne? Tö. Pferdchen. Oh mein Gott. Alter, wie soll man das denn schaffen jetzt? Ganz ehrlich. Warte mal. Ich hab ernsthaft gar keinen Bock gegen jetzt jeden zu kämpfen. Wir haben noch eine Fackel mit, ne? Genau, eine Fackel mit. Freunde. Was geht ab? Was war das denn? Was war das? Hier war ein übelst lautes Geräusch. Aber ich hab wirklich keinen Plan, was es war. Es hörte sich aber überhaupt nicht gut an. Die da oben verteidigen eine Truhe? E drücken, Leertaste drücken. E drücken, Leertaste drücken. Ja, ja, ja. Hey. Hey, warte, 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 warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh, 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 oh. Gut. Äh, ja. Ähm, wir haben's überlebt. Nicht schlagen, nicht schlagen. Ist doch alles in Ordnung, Mann. Achso, E drücken. Und hab ich alles? Ich glaub, ich hab alles, wa? Hallo, Kroko. Was ist das denn hier? Ich geh jetzt einfach rein. Ist mir egal. Einfach rein da. Drück hier. Ja. Was passiert? Digga. Ich sterbe. Alter. Hier bekommt man auch gar keine Information. Was war das denn jetzt? Too much magic absorbiert. Schön. Schön, 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 schön. Ich seh, dass jetzt ist das ein Krokodil. Oha. Oha. Alter. Wenn das Krokodil wirklich so riesig wäre wie dort. Alter Schwede. So, jetzt gibt's aber ein Problem. Da unten sind Krokodile und wir müssen an unsere Sachen rankommen. Äh, Space. Okay, wir haben alles. So, jetzt erstmal ausrüsten. Ist das egal. Wir schauen uns trotzdem ganz kurz nochmal um. Ah, wartet. Ich will jetzt ganz kurz nochmal dahin gehen. Was ist das jetzt genau? Steht das da dort? Ne, guck mal. Zum E-Interagieren. Aber guck mal. Wie überlebt man das? Da kämpfe ich lieber gegen alle hier in Dings hier, anstatt da nochmal ranzugehen. Oh, ist das eine Höhle? Ne, schade. So, dann heißt es, wir gehen ganz kurz nach oben. Hallo. Ich bin neu hier. Dankeschön. Ich klau nur. Ich klau nur. Mehr mach ich nicht. So, und jetzt gehen wir mal hier hoch. Hier oben scheint ja natürlich das gute Zeug zu sein. Ey, komm. Nicht schießen. Alter, das haben sie gut gebaut hier. Na, wer ist der... Okay, das scheint der Käpt'n zu sein. Ja, ja. Halt's Maul da drüben. Los, komm, Junge. Wir kämpfen jetzt. Na, guck mal, geht doch bis jetzt. Warne, Junge. Na, 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 na. Na, 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 nein. Gut, 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 gut. Ah. Das ist so belastend, gerade den zu töten. Das glaubt ihr nicht. Fünf Suppen habe ich nur noch. Fünf einzelne Suppen. So, Freunde, wir haben ihn gleich. Er ist fast tot. Fast. Fast. Ich glaube, wir schaffen ihn sogar. Ah, er hat keine Blutung mehr, wa? Mist. Das ist natürlich nicht so geil. Komm her, komm her. Ich muss richtig tricksen, ey. Ansonsten schaffe ich ihn halt nicht. So, die letzten Sekunden zählen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Ich will draufschlagen und draufschlagen. Es funktioniert aber nicht. Und, ja. Ich habe ihn besiegt, Freunde. Aridis. Chosen of Sobek. Du hast, glaube ich, eine ultrageile Rüstung. Okay, wir haben zwei Teile von ihm bekommen. Wir haben seinen Helm. Okay, Gorilla haben wir wieder. Wie gesagt, wir hatten niemals verloren. Das war mein Fehler. Aber, ja. Freunde. Ich bin's. Äh, euer, euer. Die schießen den Master ab. Alles klar. Ey, aber das hier mit dem Krokodil, ey. Das sieht ultrageil aus. Ey, also diese Idee, wie sie das hier mit dem Krokodil gemacht haben. Hammergeil. So, aber, ähm. Wir hauen jetzt einfach ab. Wir haben ja eigentlich alles, was wir hier gebrauchen können. So, Freunde. Da sind wir wieder. Absteigen. Ja. Ähm. Okay. Dann machen wir hier Gorilla. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich unser Gorilla. Aber eigentlich müsste der das ja sein. Welcher Gorilla ist das? Das ist ja seltsam. Ich muss mir das nochmal in der Aufnahme angucken. Aber ja. Ähm. Cool sehe ich auf jeden Fall jetzt aus. Ähm. Aber wie es weitergeht, keine Ahnung. Ich muss jetzt wirklich für die nächste Folge, ähm, meine Brüder ranholen. Und ansonsten schaffen wir das nicht durch. Wir müssen auf jeden Fall. Weil ich will bis zum Ende kommen. Naja, Freunde. Dann würde ich nochmal sagen, hier gibt es jetzt einen Cut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Kommi und einen Like da. Also. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.